Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey du Arsch, schwarz du erster, feierfest deine Dreckskarre weg. Moment mal, also noch einmal Dreckskarre und es gibt was auf die Ohren. Dreckskarre, 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 Dreckskarre. Na gut. Ihr habt es nicht damit gewollt. En Garde, so sei es. Hier führt eine vortreffliche Klinge. Niemals werdet die Jungfrau Marion aus dem Kerker befreit. Seid ihr Robin von Locksley? Nee, also eigentlich wollten wir bloß tanken. Ja. 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 Ja.